Ich grüße euch Freunde und willkommen zurück bei Skull and Bones und dieses Mal die Schatzkarte des Seevolks, also Fundort des Seevolks Relikts. Das ist hier unten nämlich, hier ist, wo ist die Schatzkarte? Hier unten des Seevolks. Hinweis auf Relikt des Seevolks. Wir haben hier mehrere Schatzkarten, aber das Relikt des Seevolks befindet sich natürlich hier unten. Also wir sind jetzt hier, gerade angekommen. Wir müssen dann hier nach links und hier ist der Schatz des Seevolks. Hersteckt, dass ihr nicht Ewigkeiten suchen müsst. Es ist ein kurzes Video und ja, Auftragsgegenstand beschäftigt. Relikt des Seevolks. Bill sucht mich auch auf Instagram und Twitch Spiel. Links findet ihr in der Beschreibung.